Guten Tag, ich bin die Margot Rothweiler, Schauspielerin und ich vertrete Sonne für Schattenkinder. Das ist eine noch kleine Stiftung mit einem großen Anliegen für sozial benachteiligte Kinder. Und dabei helfen mir viele meiner Kollegen aus dem Bereich Hörbuch und Synchron und Theater, Bühne, Film, Fernsehen und der Musical-Szene. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Unsere Katze Mary Lou kennt sieben schöne Kater. Und Mary Lou findet keine O, ein jeder wäre gern Vater. Jeder hat sich ausgedacht, wie schön das Leben wäre. Und sie singen Nacht für Nacht von edler Kater Ehre. Ein Kissen vorm Sofa, das wollen sie dir mieten. Ein Plätzchen im Grünen wollen alle dir bieten. Und zwei Katzenkinder, die würden genügen. Ein Ofen im Winter wäre auch noch zu kriegen. Man will sie verwöhnen mit täglich elf Küssen, mit zärtlichen Worten und anderen Genüssen. Das würde so bleiben, das könnten sie schwören. Und Mary Lou sollte sie endlich erhören. Heute sah ich Mary Lou. Ein Kater kam, der achte. Sie winkte diesem Kater zu. Ich sah auch, wie sie lachte. Heimlich hat sie sich vermehrt. Die sieben waren Nese. Mary Lou hat ihn erwähnt, mit ohne viel gewesen. Die sieben waren Nese. Die sieben waren Nese. Wir sehen uns beim nächsten Mal.